aber ich habe dann wenn du mal offline bist oder so noch mal eine andere frage hörst du das also wie gesagt wenn der shop dank des interesse wenn der shop online kommt sind einige artikel bis 2xl andere artikel bis 5xl das liegt aber daran weil ich bei einem hersteller bleiben möchte von connection lost ja aber manche was gehört ich hab's gelaufen lassen das gehört bitte mann die gesto nach und live als satz kann man internet rausgehauen hat gesehen ich hab dein sprech noch rauf gehauen hier da wo du gesagt hast xl wegen dete und dann habe ich nicht mehr gehört jetzt bin ich gerade rausgeflogen internet ist gerade down jetzt lädt er noch mal neu jetzt muss ich warten du gehst ja live heute nachher da aber auf youtube denke ich mal ja der ist so geil gemacht der filme internet war da und sorry leute ich bin gleich wieder da so entschuldigung haben sie energie getrunken ohne uns so war man müsst wieder das film ist wieder da leute ich weiß ich habe bin ich noch im gleichen stream oder ist das ausgegangen ja ich weiß ich mein internet war da und hast du es nicht gehört dete oder ja ich rede rein und denke warum redet keiner so warte mal er sagt ich zeig es euch jetzt da wo german track driver geredet hat wird und zwar hier warte mal so ich bin wieder da ist es der gleiche stream noch leute guck mal nach ihm müsste eigentlich der gleiche sein nein der ist auf ja jetzt jetzt ist er on weil mein internet war down kurz ja hör mal kurz was er gesagt hat schon hier so wenn der shop online kommt dann sind einige artikel bis 5xl aber ich hab dann wenn du wenn du online bist oder so noch mal eine andere frage hast du einen link in die gruppe stellen bitte 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 was gehört dete 5xl also er hat eigentlich im shop dann eine gesagt so lieb das ist ein neues ding ja egal so wir sind noch mal neu da internet war down leute kann passieren das ist live ja das ist da bin ich machtlos wenn internet sagt du kommst nicht rein und der hat neu gestartet das ist aber von ubc oder so keine ahnung ja da kann ich gar nichts machen meine lieben da gibt es kein notstrom aggregator oder sowas leute das geht ja da brauchst du eigentlich quasi zweites internet funktioniert wo du gleich umswitchen kannst jetzt musste das modem neu starten habe schon gesehen ich dachte so warum redete nicht und ihr nicht mehr so wir sind aber wieder da leute ja wir sind gerade gefragt warum du nichts mehr redet ja ja ich bin baff geworden warum ihr nichts mehr redet ist halt so leute das ist halt technik das ist hat leistet ihr da kann alles passieren nein doch oh nein doch tommi nein doch oh oh das war der dom der war gut ja nein doch oh oh ja oh 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 so wir sind wieder da so das heißt jetzt bin ich eigentlich rausgeflogen und bin ich noch drin oh ich bin noch im game drin ja jetzt muss ich noch warten was der der wenn der german drug driver dann online ist so aufgekuppelt habe ich werde dann noch mal eine neue frachter nehmen detaill spitze mit ein großer muss ich mir denn gerade aufbauen das bin ich natürlich wieder nicht live kann ich wieder aus dem game gehen natürlich weil sie internet dauer lindy gerade whatsapp gruppe geschickt dete mit knete danke dete hast du knete exakt 19 uhr aber ich glaube der ist gerade mega im stress hast du brot nein storm aber ich habe nägel hast du schnapps hm was ist rube ich gebe dir ganz einen guten tip vorschnitt der freundin bitte was fragen nicht deine freundin und sie einen anderen hat wo sie hat ja keinen anderen meine schon meine ihr habt meine gerade gefragt weil sie nicht daheim ist mit meinem auto ok und jetzt sacki sacki ich habe ich stress was ich habe ich stress mit ihr wieso sie will abhauen sie will abhauen was sie einen anderen hat ja echt ok sie ist seit zwei wochen so komisch zu mir ja ok wenn sie komisch ist immer schlecht dann hat sie mit einem anderen gepoppt ja sie war mit meinem auto herum und ich bin halt mit dem bus fahren müssen weil meine eltern waren nicht da weil meine mama liegt in der klinik mutter musste anzeigen gleich anzeige raus anzeige ist da sie das auto braucht kurz anzeige ist da ja und kann auch eins aufs maul haben ne ja und jetzt hat sie dein auto ja wo es geht und dann willst du nicht mehr mit dir zusammen sein oder wie ich schon ja sie sagt sie hat keinen anderen naja aber dann ja warum ist sie so komisch diese woche keine ahnung frauen sind immer komisch wenn sie ko wenn ein mann komisch ist und eine frau komisch dann haben sie irgendwas zu verbergen ja entweder haben sie einen anderen ja point jahr achmin hey neun name achumin achmin aju l in luo achmin ak ek achmin ich centralized achimin achmin ach-min ach-min ha-min ach-min Ach-min Ja, mit deinem Auto rum, das können sie. Abzocken können sie. Nein, nicht, dass Dani reinkommt. Nein, Dani ist anders. Weißt du, wo ich morgen hinfahren muss? Wo? Nach Wiener Neustart, mein Auto, weil wir da ein zweites Lager unten haben. Ja, dann soll sie sich den Arsch bewegen und wieder zurückkommen. Also, ich komme erst mal. Und weißt du, was sie mir erst jetzt gebeichtet hat? Sie hat das Auto geschrottet. Wow. Was? Sie hat das Auto geschrottet. Wenn? Mein Auto. Wenn? Jetzt? Heute? Ja, heute. Ja, und was ist kaputt? Komplett schaden. Sie sind in den Lieferwand hinten reingefahren, Vollgas. War das, würde ich sagen. Karma, ha? Super. Mein Versicherung steigt, muss wieder alles sauber sein. Boah, es gibt auch Frauen, die sind teuer. Kostet nicht mehr als die Steuer. Hast du keine Scheine mehr, dann nehmen sie in einer anderen Feier. So, den hatte ich jetzt einfach raushusten müssen. So, was nehmen wir denn an? Achso, ich bin ja alleine hier. Ne, Dete, achso, ne, Dete muss das Lenker dann. Achso. Ich bin ja hier oben. Okay. Herr Tom, begrüßen Sie mal den anderen Kollegen im Chat. Wen? Ah, LP-Gamer. LP-Gamer, grüß dich. LP-Gamer kommt aus... Achmin. 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 Was hast du gesagt? Achmin, der war gut. Geil. Achmin. Ich kann den auch nicht aussprechen. Also, das ist so, Achmin, der Dead Terrorist. Achmin, Achmin, der Dead Terrorist. Achmin. Na, das ist so geil. Achmin. Achmin. Jetzt haben wir was im Kopf, Achmin. Das ist nicht böse, Achmin. Achim, sorry. Jetzt heiß, jetzt habe ich es auch im Kopf, Achmin. Sorry, ich kann nicht mehr. Sorry, Achmin. Achim, sorry. Du hast... Robert, du hast uns jetzt was reingepöpfelt. Achmin. Achmin. Das klingt so wie so ein Türschlosser, weißt du, Achmin. Ich bin Achmin, der Dead Terrorist, ja. Achmin. Achmin, ja. Achmin. Achmin, ja, Achmin. Achmin. Achmin, der Dead Terrorist, ja, Sie wünschen. Achmin. 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 Bab, Opi. Herrlich, Achmin. Na ja, er heißt jetzt Opi. Sorry, aber es ist so geil. Achmin ist mein neuer Opi. Ja. Ja, das ist... Achmin, halt. Jetzt hat Achmin dir so geholfen und du hast... Er heißt jetzt Opa von mir. Und Tom... Tom, du bist Papa. Wieso klingt das Wort so lustig? Ich meine, du hast ja Achim, aber Achmin klingt einfach richtig geil für dich. Ah, herrlich. Na, hallo, Markus. Sorry, Achmin. Tom, begrünen Sie mal Ihren anderen Kollegen aus Österreich. Ja, wie eine Gruppe. Ha, 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 ha. Nein, nein, er ist wieder da, er ist wieder da. Nein, er ist wieder gefickt. Ach, warte mal. Oh mein Gott. Guten Morgen, Digi. Ja, guten Morgen, Digi. Scheiß, Leute. Nein, 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 nein. Nein, nein, Flatti Blotti ist im Haus, Leute. Danke schön. Nein, 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 nein. Flatti Blotti, bitte. Ich bin nur ein Zuckerbrot. Äh, Sayonara, Kuichiwa, Dankeschön für 5 Euro. Äh. Weißt du was? Achmin. 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 Ey, du österreichischer Klebeteppich. Wo stimmst du jetzt? Du österreichischer Klebeteppich. Achmin. Der war gut. Der ist, äh, ich bin, ihn hört man, ich bin in Achmin. Hey, geh ich mal zum Bundestag und frag ich mal, wer glaubt, sie einen neuen Stand aufmachen kann. Achmin. Ich bin oben hier im Bordland, äh, bei der Firma, was heißt das, grieße Scheiß, Achmin. Achmin. Nee, das ist bei, ich kann's nicht lesen, da wo Astel ist hier, die Firma. Ja, Astel. Achmin. Ich kann's nicht lesen, da mit C, H, was ist denn das? So grüne Schrift. E, H heißt Achmin. Achmin. Ich kann's nicht lesen, Tete. Achmin. Pflant, die Leute, Dankeschön für 5 Euro, Diggi. Nice, liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich war ohne Prachter rauf noch. Astoria oder was? Äh, nein? Bei Portland, in Portland oben? Hast du noch eine, hast du noch was, Garage oder so? Da gibt's keine Garage, gell? Doch, Portland gibt's ne Garage. Wo? Wo ist die? Wo ist die? Ja, genau, bei der Garage bin ich, bei dem oberen Ding, bei dem grünen. Warte mal kurz, einmal Sekunde, einmal kurz. Tete, genau wo die Garage ist, in Portland oben, da ist oben so ne Garage, wo so ne grüne Schrift, ich kann's nicht auslesen, Geiß oder Geiß oder was, keine Ahnung, was das heißt. Ja, das werd ich finden. Ja, ist gleich oben, ist gleich, ums Eck, da rennst du rüber und dann siehst du's. Ich seh dich eh schon, ich komm. Ich seh dich auch. Ja, genau da bin ich. Ey, wie heißt's, klassisch. Achmin. Achmin? Achim? Achim? Ja, keine Ahnung. Sicherlich. Achim. 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 Ich weiß nicht, wie die nennen. Kommst du auch, Tete? Ja? Und ich hab die Fracht, vielleicht kriegst du die noch, warte mal, ich sag dir gleich, wie die Fracht, ich hab mein Lieben. Ich weiß, wie die nennen. Mines Freund. Achim. Mines Freund. Mines Freund. Flatte, Blut, die Leute, klassisch, er kommt rein, oh mein Gott, mein edler Spender her. Dankeschön. Bist du wieder zu Hause? Nein, ich bin nicht zu Hause. How much hat er reingebuddled? Da kommt Tete. Oh. Warten mal, Leute, ganz kurz, ich muss kurz mal konzentrieren. Ich muss sagen, Tete, wo ich hinfahre. Ich fahr... Die Knete. Nach Kospay, C-O-U-S-P, Kospay, ja? Da wollte ich hin. Oh, schau dir an, wie so ein amerikaner. Und zwar Farbe, 29 Tonnen. Ströckmann, ich muss... Ja? 29 Tonnen nach Kospay, Farbe. Hab ich. Hast du echt? Geil. Lauf bei dir. Hab ich angenommen. Nice. Ja, kannst du eh holen bei dieser Firma. Flatte, Blau, das hier, Wiener Robert, das hier... Oh, jetzt kommen sie alle, äh, Wiener Robert. Und gestern hatte ich gemacht, gesoffen und so, oder denke ich mal, oder? Langgeschlafen? Ja, Disco, Robert, yeah, ist da. Tommy? Ja? Disco. Ist dein Kollege jetzt live? Muss mal gucken, kurz. Ich weiß es nicht. Kommt, äh, kommt das Wochenende deine Freundin, die Dani? Nein, nein, das ist ein bisschen... Problem, die hat viel zu tun. Es geht jetzt nicht so schnell, Leute. Willst du mit uns ETS, ATS? Nee, nee. Wenn die kommt, dann, äh... Gibt's kein Stream. Da gibt's zwei Tage, äh... Liebe durchgemacht hier. Hallo, Wiener Robert. Guten Abend. So, der German Truck Driver ist nicht live, hat mir noch geschrieben. Er hat gesagt, 19 Uhr. Ja, Robert, und gestern gehör ich gesoffen, oder wie? Party, oder wie? Nee, nee, alles brav, alles brav. Echt? Okay, ich dachte, hoffentlich... Also verkloppt. Hoffentlich hast du dich randaliert und man hat dich, äh, verhaftet. Mein, 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 meine Bahn ist da. Okay, German Truck Driver ist auf YouTube nicht am Start. Robert, nein, wir haben einen neuen Namen verachtet. Das heißt, er ist auf Twitch. Wetten? Nee, ich hab's ja gehört. Er hat aber gesagt, er hat aber gesagt, er streamt bei YouTube, wenn er seinen Geburtstag streamt. Ja. Und wir haben jetzt schon 19 Uhr 12. Und das geht gar nicht. Snitze, siehst du, er ist live. Hab ich's gesagt, bei Twitch. Er hat sich doch nicht, äh, rein... Wir gehen jetzt zu dem rüber, meine Lieben. Ja? Ja? Denk, wir müssen kurz warten. Wir gehen jetzt rüber zu ihm alle. Ich gebe jetzt den Link, der ist bei Twitch, Leute, ja? Da könnt ihr den Chat auch reinschreiben. Also, wenn ihr keine Partner seid, könnt ihr, glaub ich, nicht reinschreiben. Nee, müsst ihr gar nicht, glaub ich. Braucht ihr einen Account bei Twitch? Ich weiß es nicht. Ja, auch, Mann. Oh, oh, könnt ihr nicht reinschreiben. Wenn Tom, dein Typ wird erwünscht. Wenn Team speak. Das ist... Wart jetzt mal ganz kurz. Wo im Team speak? Was ist denn jetzt schon wieder? Wer? Dein Spindermann. Alter, vielleicht bekommt ihr nicht den Rest, weil mein Mikro im Sand ist kratzt. Ohne... Echt? Wieso das? Kann das gar nicht sein. Leute, das ist German Truck Driver. Geht mal kurz rauf bei ihm. Wir gehen jetzt ihn ganz kurz besuchen. Der macht, äh... Komm, ich rauf. Was machst du heute Abend? Ruhig mal. Probiert einfach mal. Also, ich kann ja auch meine Lieben schreiben. 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 Ja, ich hab scheiße, was? Ja, weil ich keine Lernschwäche habe. Ich kann ja nicht schreiben. Oh. Ich hab zu viele, äh... Schreibfehler drin. Ey, Digger. Ich hab ne... Geh mal rauf. Vielleicht können wir ein paar schreiben. Mal Link. Warum lest es da bei Dings nicht vor? Wieso haben wir hier kein... Kein Alert? Ja. Ach du Sch... Ach du Himmel. Oh. Ich soll nicht aufs Hände schauen. Ich soll nicht mehr aufs Melkgewicht schauen. Himmel, Arsch und Schwirren. Himmel, Arsch und Schwirren. Bitte in die Gruppe. Ruhig mal ganz kurz, Robert. Zeig grad den DT her. DT ist voll im... Ja, ist voll im... Tja und der Kleidung ist gut im Stress. Ähm... Dankeschön für zwölf Monate, Digger. Dankeschön, lieber Himmel. Ein falscher. Weil wir jetzt nice geschrieben haben, hast du... Hast du ein... Ähm... Ein Bettelwitsch? Achso. Witzstattel. Achso, wenn ihr mich markiert, dann wird das rot gemalt. Ach okay. Ich hab schon Angst. Was? Ähm... 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 Was? War das denn dann überraschend? Es war... Ich hab die Treue gemalt. Ah, Juro, jetzt seh ich's grade. Nice. Der... Aber er sieht ein bisschen anders aus. Also, guck mal, äh... Ich bin auch hier noch ein bisschen angemalt. Äh... Ich muss euch ganz ehrlich sagen, äh... Ich kam im Moment noch, äh, zu nix. Und wenn ich jetzt noch einmal äh sage... Das war ja der Käpt'n Horn! Der Käpt'n... Der Käpt'n... Der Käpt'n ist voll im Stress, Leute. In Berlin. Da sehen wir uns. Ich komm mir grad vor, wie die Dalla vorliegt. Die Dalla vorliegt. So, vielen Dankeschön. Ich möchte dich streichen mit allen Frauen. Follower. Pock, 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 Pock. Alles gut zum Birthday, Babe. Ja, Bruder, wir werden ein Trinken in... Das sag ich nochmal an alle. Ich bin in Berlin auf der TwitchCon. Also, wer Bock hat, sich an mir zu reiben, der möge bitte zur TwitchCon kommen. Papa. Dankeschön für den Re-Sub, Käpt'n. Nachtweige, oder? Ich freue mich auf dich. Äh... Alter Schweder. Ja, du hast ihn ja wohl auch von uns allen schon kontrolliert, oder? Robert, dankeschön für ein Tier 1-Sub. Ich hab den Link euch geschickt. Doch, ihr könnt schreiben, Leute. Gebt euch rein, Leute. LatteVloid hat reingeschrieben. Siehste? Hashtag X-Tips. Äh, 1-Sub. Schreibt mal rein, Leute. Äh, an Manny, neun Monate dabei. Ja, es war im Stress. Und der Poison haut ein Euro raus. Nachtweige, als Gute zum Geburtstag und sorry. Sorry für was, Digga. Alles gut. Alles gut. Ich finde es schön, dass du noch mich verfolgst. Auch wenn da so ein bisschen was war und so. Meine Leute sind hier. Vielleicht gibt's ja irgendwann mal... Zwar nur noch... Ne, viel, aber doch. Es geht, die könnt ihr alle schreiben. Also, die sagt, Dankeschön für dein 1-Euro, ja. Und die, und die Sylvie hat noch einen Sub an die Jessie raus. Unfassbar. Ja, zum Stress, dass er mich gar nicht checkt. Sieben Monate dabei, die Jessie. Schreib mal eine Reihe, Leute, komm. Hast du ihn selber eben vorhin, die Dings? Was ist denn das? Gute Zunge. Kann man jetzt hier Bilder reinmachen? Friss mein Schwanz. Hat der jetzt recht gesungen? Friss mein Schwanz in der Musik? Alter! Alter! Alter, die Musik, ja? Wie kann man so hochprotzig sein, hey? Ich mein, ich mag ja so Musik auch, aber so abgefuckte Texte. Ja, friss mein Schwanz. Alter! Das ist Erniedrigung von den Frauen, wenn man so redet. Ja. Wenn sie es mag, ist es okay. In der Musik, ja? Ist das so richtig, so hochkotzig? Ja? So, und er wird meinen Fuß fressen, ja? Psch! So. Nein. Kai ist ja geil. Der ist voll im Stress. Er ist voll im Leben. Ich hoffe, Kai, er kann sich nicht mehr auskupfen. Vor allen Dingen... Schreibt da alle rein, euch ja. Er checkt's gar nicht. Vor allen Dingen das Babe. Das Babe kam ja nochmal richtig gut. Sehr geil. Vielen Dank. Haha, er ist voll im Stress, Leute. Wart mal, wir bleiben noch tätig, wir fahren gleich. Es ist so geil. Schreibt da, man geht ab wie Schmitzgatze. Danke für den Clip übrigens. Danke für den Clip. Er kommt nicht mehr klar. So, jetzt, äh... Was, er ist schick? Ich komm nicht mehr klar. Er ist schick, ich komm. Sind meine Fenster komplett vertauscht? Ja, moin. Wo, wo muss ich denn hin? Ach, hier muss ich hin. So. Oh mein Gott. Ähm... Ich zeig dir gerade in meinem Stream. Das ist, äh, Doc. Ja, äh, schöne Grüße gehen nach Österreich. Vielen herzlichen Dank. Äh, ist gerade ein bisschen verwurrt. Ich bin hier noch ein bisschen, äh, geschädigt von, von den Überraschungsparty-Ding, äh, gestern. Schenks, subscribe in sein Primesub. Dankeschön, Schenks. Auch danke für deinen Primesub, Mann. Jetzt hat er schickt, hat sie's klacken. Ja. Dass du ihn mir gönnst. Vielen herzlichen Dank. Du bist in mir drin und ich gönne es dir. Bitte Ruhe. Ich habe... Alter, wie viele Lock... Ah, genau. Alter, er zog mich in die Halle vor. Da wird immer roter, bisschen... Ist ein bisschen karotisch, was ich gesagt habe. Ich verbrich jetzt ruhig. Ich kann euch jetzt mal ganz kurz eine Geschichte erzählen, äh, die ich gestern erlebt habe. Ich kann nicht mehr. Da brennt die Luft bei ihm. Alter, wie heute sieht aus. Haben wir Musikwunsch? Haben wir Musikwunsch? Er geht ab. Herrlich, oder, Leute? Ja. Ich kann keine Musik... Das Problem mit der Musik habe ich immer Probleme, äh. Da jammert, äh, YouTube-Begleich. Das ist das Problem. Ja, das ist, äh, liebe German Drug Driver, den habe ich auch persönlich... Ich will den eigentlich begleiten, ähm, drei Veranstaltungen, wo er hat. Ab Juli oder so Juni. Wir müssen das ja aber noch mit einem Manager abklären. Ich werde das auch filmen, aber wenn es mir zu stressig wird oder so, zu weit, das muss auch bezahlt werden, natürlich. Äh, weil ich fahre ja nicht in der Weltgeschicht rum und so. Ähm, und, äh, das gratis. Ähm, kostet ja das Equipment auch was, ja. 400, 500 Euro kostet die Kamera. Und das ganze Equipment, ehrlich gesagt, mit zwei Kameras natürlich. Ja, Profi-Kameras, Leute. Der ist Spezial-Profi. Ja, 4K. Da brennt die Luft. Ja, und wollte eigentlich, dass... Ja, klar, muss ja das Licht, alles muss stimmen. Ja, klar, vom Dominik, vom, von, ähm, wie heißt er da? Ähm, Frontline-Devca. 4K ist das Beste. Ja, sicher. Und, äh, das ist der Kai. Äh, er ist mega fucking mega im Stress. Und ich dachte, ich hab's stressig. Und er geht grad ab wie Schmitz Katze. Dass die ihm nicht warm wird mit dem Pullover da drin. Äh, ja, ich gönn's ihm natürlich. Alles Gute zum Geburtstag. Äh, kurz mal reingeschaut. Äh, aber er hat ja so viele Leute, dass, äh, das sich... Also, er hat's ja durchgesagt, hat's ja gesehen. Aber er ist grad mega im Stress. Am Anfang, wir gucken später noch mal rein, liebe Freunde. Machen wir das so, ja? Guck, jetzt schläft er. So, ich hau ihn da mal unten rein. Wir müssen uns bewegen, sonst fliegen wir raus. Äh, das, äh, liebe German-Druck-Triker. Blatt, die Leute, Digi, was ist los mit deinem Headset? Bist draufgesessen, oder was ist passiert? Das kratzt ohne Ende. Wenn's kratzt, ist es entweder am Stecker vom PC. Das kann ich mir aber bei deinen, äh, 25.000-Euro-PC nicht vorstellen. Und, äh, wenn's... Ach, miese. Wenn's kratzt, kann auch der Stecker kaputt sein. Wenn's kratzt, kann auch das Headset kaputt sein. Also, es kann eigentlich alles sein. Probierst mal in ein anderes Ding reinzustecken, was rein gehört. Vielleicht kratzt er nicht mehr. Äh, ich denk mal, das ist kaputt. So, ich fahr jetzt mit Dete ein bisschen American-Druck. Dankeschön, dass ihr alle mitgespielt habt. Bei, ähm, Klein-Wait von... Mit, äh, mit Tete, mit Knete und, äh, mit German-Druck-Driver. Äh, ich... Bewege mich mal so und fliege hier raus. Ich glaub, wir sind eh schon dort. Ne, wir sind noch drin, Tete, geil. Ich bin schon losgefahren. Ja, aber ich komm. Ich komm, mein Großer. Ich komm, ich komm. So, dankeschön fürs Mitmachen. Wir gucken gleich nochmal später nochmal rein. Ich weiß ja nicht, wie lange er jetzt macht, hat der German-Druck-Driver. Und der ist grad mega im Stress, habt ihr ja gesehen. Tete, wo bist du? Warte, ich komm. Die Garage, ich kauf jetzt die Garage, Tom. In Medford, ja, bitte, ja, Robert. Das wär sehr schön. Ja, ich bin ohne Fracht draufgefahren, weil ich keine Fracht... Naja, na, 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 ok apropos hier gemeiß waren wir tätig hier kurz die hochkarte auch mal was das ziehe ich mir jetzt kann auch noch ein das wollte ich eigentlich letztens schon mal ganz kurz eine sekunde ich komme gleich also nicht im klassischen sinne ich komme gleich wieder zurück so an seinem geburtstag ist er hat er ja mittwoch gehabt das habe ich mir gemerkt ja ja das habe ich mir gemerkt so wir von 412 kilo mal ganz kurz hätte ich muss kommt noch was in die kamera zeigen so meine lieben ich trinke jetzt einmal so was kennt ihr den den himbeer himbeerlikör oh ja die dies ich kriege nicht auf ja super jetzt kriege es nicht auf super blamage pur also wie schwer ist das sollte man nicht mit den zehn machen ich krieg sich auf leute was kannst du eigentlich hallo mit 47 jahren habe ich noch gute zähne was die chemie fabrik in portland und wenn du an stopp schild kommst wenn du aus der fabrik rauskommst rechts ab links ab dann wieder das ding woanders reinstecken zweideutig wenn du jetzt ein stück in rolle fährst die straße da steht dann halte nur hier steht da ist ein parkplatz da stehen wir beide drauf und dahin wer das ist liqueur aber zieht mir gerade die eier rein so zum wohl wurde zum trotze der finger in die der liebe rube der ist ja noch da liebe freunde so okay das war's einfach mal zum für den schönen tag zum geburtstag hat damit auch gehabt ich weiß gar nicht wie halte geworden ist weißt du tätig mist hat er gesagt gehabt so alt wie ich oder so der ist keine 40 der ist junger sieht so alt aus das sehe ich noch jung aus mit meinen 47 meine liga ja 38 oder was ist der geworden könnte ich auch rechnen gut siehst der aus fett bist du geworden so okay robert ist auch hier american legend wärst du vordäte oder soll ich rausfahren weil ich glaube das wird ein bisschen knapp oder ja okay so meine lieben dann diesen wir los und ich habe es nicht aufgegriffen ich habe es gemacht gut dass ich die zähne geschliffen haben lassen und da weiß ich dass ich das noch machen kann der markus trinkt aber keiner nein ich trinke narko das war eigentlich ist und die kür aber er hat so hinbeer hinbeerlikör war gar nicht so schlecht finde ich jetzt aber ein bisschen hatte noch mal so dte darf dann nachher vor ja jetzt stuft er hier auf damit wie viel kilo haben wir denn 920 tonne meine lieben und gute nachricht leute ich habe die die nachbarn unten wo unten wohnt habe ich gefragt ob er mich gehört hat oder so gestern suchen die ist drüben zimmer also das läuft super da kann ich auch ein bisschen leer machen finger in die motze darf er das darf er das darf er das ja geht ihr kommt wer du vor warum ich komme die garage nicht kaufen doch ganz so ich habe kein geld achim kannst du das nicht machen wegen dem money 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 mit cheat engine oder mit was wie geht das was gibt es ein anderes programm näher dass du da ein bisschen kohle das muss achi machen das kostet es kostet fünf euro spende hier die kasse von die von dir ich kann mich nicht aus mit dem programm auch nicht da ich kann wirklich ich bin echt zu dumm dafür ja es gibt ein einfaches oder dte käme ich nicht das kannst du einfach eine konflikt ändern der konflikt ja auch ich weiß wenn wir das machen aber wir sind jetzt am fahren das muss achim jetzt in die hand nehmen wenn er es kann super danke achim ja das wird teuer da muss ich ihm jetzt sondern bei 50 euro spenden und wollen sie alle die kohle von mir kaum werde ich reich werden sie alle kohle von mir nein ein million wollen wir von dir schade flotte blotty kann ich reinkommen weil sein mikrofon kratzt okay läuft bei dir du musst das kaufen hier das kostet im internet glaube ich 30 euro oder so musst du auch noch bescheid sagen ich habe alles in der hose ja im großen kleinen stimmel mit dem stefan und stefan wie hast gesagt ich hab sie achmin 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 nicht achmin achmin das augen statt wie war es denn gestern robert erzählmann wo seid ihr den riesen ein was viele leute ja dann geht es aber nur so dass ich nach der disco ach so ältere leute wie bitte waren ältere leute ne jungen und leute ok und waren schöne dabei ich war mit meiner frau da interessiert mich die weise nicht richtig aber macht das ja auch nicht die bekloppt die die verkloppt dich hier ne 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 wir haben getanzt wir haben sie amüsiert eben muss immer sein aahhhh aahhhh ja lustig unser tochter war mit die hat uns da gefilmt das ist in facebook bei mir echt wirklich habe ich ja ok ja bei der frau drinnen muss ich mal gucken hab's noch gar nicht gesehen ich war noch gar nicht im facebook hier oben ja war ziemlich lustig 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 tralalalala bald ist da auf mich dann ist da nackig vom ziehen da bald ist da nackig vom ziehen da ja das muss ich jetzt einhalten und er zieht sich ja nackig aus und der top nicht so dann ist ne geile maus so flatty bloody äh flip 10.000 er gibt sich hat's verloren haut's gleich nochmal rein oh er ist ein flipmodus oh er ist ein flipmodus dankeschön nochmal für die 5 euro dankeschön für deinen support dankeschön für deine donation die beste und hat gewonnen siese karma hat's dir wieder zurückgegeben karma ist ein bisschen so läuft es so muss das sein richtig und natürlich nicht vergessen Leute flatty bloody mein neuer VIP kumfer war der allererste und flatty bloody ist eigentlich glaube ich was ich jetzt weiß der letzte VIP gewesen wenn ich jetzt das nicht es war dann nochmal einer VIP der redixe ich weiß aber nicht ob der flatty bloody der letzte war ich glaube mit redixe und flatty bloody nee zuerst war redixe dann hat flatty bloody auch noch VIP gemacht dankeschön robert du bist polizei ja ich bin mal kurz weg ich geh kurz kippen kaufen ja oh ne 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 nicht umkippen nein fuck was ist denn da fuck dead ich bin umgekippt ich bin noch so lahm sagen das kann nicht sein Leute jetzt kipp ich schon wieder um so umkippt der hinten der hänger der steht noch hast du dich schon weggeportet ja fuck ich bin umgekippt hab du dich schon weggeportet nein dann bleib da liegen kannst du was machen wie gibt es einen trick ja das ist der trick mit dem hüftknick Mist Leute der Steffen ist hier Julian Brehm ist hier aber die ist jetzt so geil alle sind wieder da ach Mist ich bin ich habe noch abgebremst ich bin zu schnell alter dankeschön jule jajajaja hat's geschafft scheiße das geht nicht dankeschön für die spende für 1,56 digi wird nicht gehen oder jetzt habe ich schon schaden komm lass komm es bringt eh nix ich habe schon den schaden probier nochmal jajajaja nice da komme ich nicht mehr raus aus der Wiese jetzt oder komm zu okay abstecken hat kein Wort auf Sex nicht mehr hergestellt super was jetzt liegt er schon wieder da ja der letzte bekannte Wort auf Sex von Sex Video hergestellt scheiße geht nicht okay abbrechen der hat mir wieder zurück Mist Leute ach sorry so ein Mist Dankeschön jetzt hast du aufliegen schaden ich habe keinen aufliegen schaden Mist Leute warte mal ich muss mich mal reparieren ach Mist wieso ach das darf nicht sowas darf nicht passieren Leute echt nicht mehr warte ich suche nochmal ich guck mal was ich machen kann das musst du nur rausschneiden aus dem Stream wenn sie das ein Abman anguckt dann kriegen Bann wieso wegen was weil das die neun ist weil das die neun gewesen ist oh okay was die neun wie meinst du äh vom Trainee hä Alter ich muss hier reinschreien ins Mikro ich höre dich ich verstehe gerade nicht was du meinst wie was ein Abman sieht ich habe einen Trainer laufen ich habe nichts gesehen wo nein den siehst du auch nicht ja ich weiß ja hat nicht funktioniert wo sind wir wo wollten wir hin äh nach Cosby Cosby ich suche nochmal was von hier ich bin eigentlich jetzt in in Eugene teleportiert worden ja komm wir machen folgendes treffen uns nochmal in Medford komm machen wir es einfach oder und fahren wir von dort nochmal los okay wir haben 180 Kilometer nach Cosby komm wir runter nach Cosby Cosby wo ist denn das jetzt wieder äh Cosby hier äh ich suche ob ich was finden nach Cosby nehme ich noch eine Fracht und dann komme ich runter ja das ist nämlich nicht so weit von hier von Eugene ach Mist das wollte ich nicht Leute ich habe gebremst habe gequatscht und dann habe ich es halt komplett verkackt eigentlich weil ich gerade nicht mehr überlegt habe dass ich hier so ein Doppel dass der so schnell umkippt Cosby 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 ist natürlich jetzt nichts da jetzt war ich halt leer runter oder oder warte mal Cosby ist eine Garage nähen ja nee keine gar Mist okay dann ich fahre nach Cosby runter ja okay ich komme direkt nach Cosby runter ist er nicht weit achso scheiße oh mein Gott da muss ich über Newport fahren ehrlich welche Firma die Chemiefirma muss ich hin die Chemiefirma Plasterzons oder wie glaube ich zumindest war er mein was Plasterzons äh ich kann das nicht glauben ich kann das nicht glauben dass das jetzt wie passiert ist ehrlich nicht das ist so belastend Freunde achso da hättest du mich umkippen können alles klar ich habe Aufliegeschaden gehabt schon fast voll das das hat das Problem ja alles LKW komplett Schaden gehabt so ich düsele hoch da hättest du dann fix äh aha ja Alter Julian Digi Scheibe Überfall weil du der Beste bist und ich war nur Unfälle wegen oh mein Gott äh ich höre nix ich höre nix weil du der Beste bist kleiner als drei 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 ich höre kein Wort wenn ich ne Spende hab und kleiner als drei die ganze Zeit warte mal ganz kurz eine Sekunde oh Julian nein er hat ich hab ne Spende von drei Euro ich hab nix gehört der Julian Bremer die kleine als drei kleine als drei was habt ihr mit dem kleiner als drei Mann dankeschön Digi für drei Euro gute Nacht Leute bin weg dankeschön schlaf gut was jetzt schon gute Nacht wie was musst du so früh auflattern oder was ist los Florian ich fahr runter dankeschön Julian Bremer für drei Euro ihr seid die Besten dankeschön für eine Euro 56 und dankeschön für fünf Euro von Flatte Bloody danke für euren Support beste Mann nice Leute dankeschön ich liebe euch ich liebe euch das Appendus äh Flecken ja Flecken du ich was haben oder was Leck was Leck Ola Lecken ja aber nur die Stiegel da der der Monsieur kann sie jetzt die Garage kaufen ja hab ich also geht siehste so und jetzt ist Ruhe hier dann die nix mehr hören kein Gemotze nix mehr hier heute ich muss mich konzentrieren ich muss jetzt schnell fahren ja ich muss mir mal kurz die Zeit lassen und ich will dich ausrasten sehen wegen Unfall was DT ja wer hat was geschrieben Markus wegen Unfall ab was wegen Unfall circa 1 Uhr 1 Stunde 28 wegen DT zum rausschneiden rausschmeiden er hat sich auf die rausschneiden wieso er ist ja nicht schuld ich habe ich bin ja umgekippt doch scheißegal sieht doch keiner solche rausschneiden sieht doch eh keiner an doch egal DT einfach brav sein schön fahren der wollte mich ja nur retten der Jungen 3 Euro 1,56 Euro und vielleicht den Leuten für Feuer Dankeschön Leute ihr seid die Besten war ja meine Schuld ich bin ja gegen den Pfeiler gefahren habe ich habe ich ich habe eigentlich das DLC was ich jetzt dem Robert gegönnt hat schon wieder drin Dankeschön Freund danke dem Flatt danke Tom nochmal ja kein Problem jetzt kannst du fahren jetzt taucht mir extra Basif Card die Woche und spendet ihr 20 Euro ne muss doch nicht die G verstand doch nicht die Pointe wie Icke das macht ihr auch immer gar nichts sagen nein einfach spontan dann ist keine Überraschung mehr Robert hat sich ehrengedeutet vor einer Woche vielleicht kriegst du es auch nicht der Nummer ist weiß ich nicht mehr nach Gewinn im Lotto reicht auch schon hey kannst du mir Lotto Sechser oder was weißt du wie krass das wäre Leute einfach nur angenommen ein Lotto Sechser ja einer so ach komm haut da 30.000 40.000 Euro ein ja da komm kann dir ein BMW läuft bei dir warte mal morgen ab also ich hab meinen Euro Lotto Sechford schein noch nicht abgegeben ich würde ein Herz ich würde ein Herz Kasper kriegen ich glaube dann würde ich kotzen glaube ich vor lauter Schreck ohne was reinzuschreiben ohne in den Chat reinzukommen ohne was reinzuschreiben dann würde ich dann würde ich glaube ich ab dann kriege ich glaube ich ein Herz Kasper ich glaube dann brauche ich einen Arzt Leute das bestellt vorher schon ja das ist doch nö seit die DS Motiv wir haben neun der ist bei Achim was haben wir neun im TS ja der Julian halt irgendwie ja achim drüben oder was wir haben uns verpisst die Julian weiß er nein ich glaube Julian hat den ich glaube der neuen DS hat er noch ich dachte er hat den schon die test bei Max sind wir nicht mit dem anderen der ist auch nicht mehr wir sind jetzt in einem muss jetzt kurz nach ich komme nach Cosby seid ihr schon drüben ich schickste ich schickste gleich bei Steam Julian der Julian Bremen der DS was meinte der DS Motiv was für Motiv hä was ne nicht Motiv Achim der ist aber den können wir hier nicht hoffentlich ich muss das ihm schreibe wir mal mit Steam anschnell Julian du bist nicht so viel da da weiß ich nicht wo du bist wo hier man nicht gepostet nein nein ja und das achim ach muss ich ihn köpfen auch nein nein kotzt was kotzt nur du du st mich kotzt was jetzt kotzt dich auch schon an du bist so geil Julian kotzt ihn mal an den Aisha da ist Robert was machst du hier wo ist Dete bei Cosby ne Dete fährt vor mir haha ich hole euch ich habe euch eingeholt Leute da ist Dete Dete ich komme Dete pass auf Dome bleib auf die Ecke mach ja denk nicht mal dran Dete denk ich schwa denk nicht mal dran ich sag dir guck wie abgeht guck wie abgeht haha guck Leute wie ab schwe halt da jetzt drin fahrrad pass auf nicht dass du um kippst niki mach easy nein spazier mal. Alter, guck mal die da, da ist er wieder, jetzt kommt der nie mal raus. Ja, herrlich. Alter, hat's nicht gewixt, hey. Es wird nie, oh ja, okay. Okay, läuft bei dir. Ich kann nicht mehr. Nie so. Er hat sich verpissen wollen, Leute. Ich sag, der wird ein Hänger, ich sag, mach Lamsack. Ja, war gut. Hast du Schaden, oder geht's? Ich hab gar keinen Schaden. Er hat schon Schaden, er muss ein bisschen Lamsack machen, Leute. Motor Schaden. Alter, war das geil. Die Kurve hat auch nicht mehr geschnappt, hier, wenn er voll ist. Er hat mich schon abdrängen wollen. Ich sag so, hey, ich sag, du denk nicht mal dran. Und dann hat er den Ferrari-Mor reingesetzt. Alter, wie du rausgeflogen bist, hey. Wie eine nasse Katze. Hahaha. Geil ausgesehen. Oh, ich kann nicht mehr. Hallo. Ja, hallo. Wer ist da? Dustin. Die Bums. Brain. Wer? Dein Bayer. Wer? Ah, Julian. Ah, okay, alles. Grüß dich, ich hab dich nicht gehört. Dankeschön für deine Spende. Gerne, gerne. Ich hab ein Anschaltungszeichen. Auf, mit einem Anschaltungszeichen. Herrlich. Alter, hat sie Tete verknüppelt. Silent Bay ist am Start. Moin, moin. Hallöchen. Hallöchen erstmal. Ich weiß nicht, was Sie es wissen. Ja, so eine neue DS, die wir haben, weißt du. Oh. Ja. Hallöchen. Alter, was geht denn hier ab? Wie alt bist du, Julian? 18. 18? Ähm, was wollte ich fragen? Äh, 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 ja, dankeschön, ja? Bitte schön. Wo man so 1,56 reingehaut, war das nur so ein Joke, oder? Nein, du hattest, ähm... Ah, gerade Zahl. Julian will die geraden Zahlen, er kann die ungeraden Zahlen nicht sehen. Ach, deswegen. Ja, dankeschön. Lieb von dir. Sonst alles gut? Ja. Ja, bei uns geht es immer ab hier im DS. Oh ja. Komm, ich muss dir mal eine geile Story erzählen. Okay, erzähl. Gestern hatten wir die Ligaabschlussfeier von Daten. Okay. Ja, so am Ende sind wir dann rausgegangen, auf einmal, ja, ich hab mein Handy nicht, ich hab mein Handy nicht. Okay. Wir waren aber die letzten 5 Minuten am Tisch, und da hatte ich mein Handy noch. Okay. Dann auf einmal, war mein Handy weg. Gestohlen. Ja, hat man dann auch gedacht, und da lag noch eine Jacke auf den, auf den Bänken. Okay. Und da musste mein Handy drin sein. Wussten wir aber nicht, jetzt waren wir zu Hause, da haben wir dann auch mal angerufen, überhaupt die ein Handy gefunden haben, ja, und dann ist einer von unseren Kumpels dahin zu dem Tisch, in die Jacke reingeschaut, auf einmal ist da mein Handy drin. Hä? Das war komisch, oder? Ja, und jetzt hab ich's wieder, Gott sei Dank. Gott sei Dank, meine Flamme nicht weg ins Snapchat. Gott sei Dank, ja. Ja, mir ist noch was Besseres passiert. Ich in der Garage gewesen, ja, Rost unten gemacht, geschliffen und neu geschweißt und alles, weißt du, alles schön sauber gemacht, fertig gewesen, abgedeckt, Kollege will Unterbodenschutz, weißt du, die Pistole irgendwie einstecken, FUM! Über das ganze Auto, das ganze Material. Komplett meine Motorhaube voll, meine Scheibe voll, mein Dach voll, acht Stunden am Putzen gewesen. Alter, ich hab rotzend Wasser geweint, ich dachte, ich krieg die Krise hier, aber ich hab's alles wieder herbekommen, weil vorne ist Folie, das hab ich jetzt halbwegs wieder in Glanz herbekommen und oben am Fenster ging's mit dem Messer, hab ich spezielles Messer und Dach halt mit Derpetin, ja, so, und dann wieder poliert und ach, du Scheiße, hey. Warum? Das hat ausgesehen. Und heute hab ich das ganze Wasser verkocht. Ich muss rechts, Tete? Ja. Komm, hast du Schlosser gelernt? Nein? Wieso? Wieso Schlosser? Ich hätt Schlosser gelernt. Schlosser hast du gelernt, okay. Hätt ich gelernt, hab's abgebrochen. Nee, ich war Kameramann lang und Dachdecker, Spengler. Du warst DJ. DJ war ich auch. Das hab ich auf deinem Profil gesehen, das feiert dich so. Ja, hab ich mal gemacht, so zwischendurch. Ich bin auch DJ, man nennt mich auch DJ Bram. Tete, ich weiß nicht mehr, wohin. Ja, hier rein, rechts. Hier. Hast du einen Link? Ach so, ich hab ja keine Ware, ich hab vollposten. Julian, hast du einen Link? Au. Was für einen Link? Hast du ein Video? Na, ganz sicher nicht. Oh, schau. Was für ein Video? Wie was? Weil ich Musik mache. Ach so. Nee, eigentlich nur auf Geburtstagen ein bisschen. Also wir machen jetzt nochmal eine Fahrt. Robert muss noch ein bisschen fahren, oder? Er hat jetzt die Garage eigentlich in Medford. Fahrst du mal, dann kannst du das nächste Mal mitfahren, weil heute mach ich nicht so lang. Was ich noch... 30% Aufliegerschaden. Okay, läuft bei dir. Muss die Werkstatt? Nee, das war ja ein normaler Auflieger. Okay. Ja, wir gucken. Wir machen jetzt nochmal eine schöne Fahrt, oder? Ich dreh mal hier um, rückwärts. DT habt ihr abgeliefert. Sorry, Robert. Ah, warst du auch rückwärts rein? Komm, Robert. Meine Lieben, wir machen jetzt gleich nochmal eine schöne Fahrt, wenn DT bereit ist. Heute natürlich nicht so lange, weil... Ich muss morgen arbeiten. Wir machen noch eine Fahrt. Ja, wir haben jetzt wieder eine Stunde 55. Nee, der Timer war noch drin, den habe ich gelassen. extra, damit ich sehe, weil wir hatten einmal einen Abbruch, einen Internetfehler. Da hat er mal neu gestartet. Deshalb jetzt eigentlich fast zwei Stunden. Das wollte ich... Machen wir noch eine Fahrt, oder, Freunde? Ja. Und dann könnten wir vielleicht eventuell, wenn ich dann noch Bock habe, meine Augen brennen nämlich. Das heißt, ich bin müde. Vielleicht noch ein bisschen Golf with the Friends kurz noch. Ja, ein bisschen. Können wir auch noch keinem bisschen auf Eier gehen. Oder am Kai noch mal reingucken. Gehen wir noch... Was, bitte? Golf. Friends kann ich mitspielen. Ja, wir gucken, ob ich es noch spiele. Also, ich habe geliked. Dankeschön, Justin Steffen. Dankeschön, lieb von dir. 17 Leute. Wow. Heute geht es mir ab, Leute. Was ist los? Ihr seid die Besten. Okay, D-T. Wieso finde ich kein Bild von meinem Auto? Ach, hier. Drücken wir mal auf M, oder? Robert, du spielst ja noch mit. Aufwächste in Aufträge. Gewichterladung haben wir hier nach unten. Wir sind hier in Cosby. Oh, machen wir einen großen? Habt ihr Bock? Ich schicke euch mal ein Bild von meinem Auto. Also, keine lange Steine. Fertighaus-Teile. Wollt ihr einen Dreier? Also, ein Dreier-Ding? Von Cosby nach Bent? Ein Dreier? Ich glaube, ein Dreier mit Fertighaus-Teile? Wow. Also, ein Dreier-Hänger? Wollt ihr mal den? Bis Bent, ja. Nach Bent? Nach Bent? Ja. Ich habe leider kein Foto mehr von meinem Auto. Fertighaus-Teile? Fertighaus-Teile. Ich habe heute auch voll abschiedet. Nehmen wir die? Sorry, Rolf. Ich habe einen Audi S3 Sport S-Line. Okay, Leute. Ich habe einen Audi A3. Mein erster war der Audi A3. Den habe ich... Mein Schatz, ihr habt einen Q7 und ich habe einen Fiat Brauways X. Geil. Den nehmen wir an, oder was? Ja, nehmen wir an. Haben wir es. Warte mal, Robert, ganz kurz. Sorry. Lehmen an. Ich bin sogar schon mit dem SQ7 gefahren. Annehmen, ja? Hallo? Ja. Ja, okay. Na, ich frage mal. Sicherheitsabend. Mein Audi A4 Kombi, den hat halt meine Freundin geshottet. Ja, die Frau ist teuer. Die kostet was. Jetzt hat die Versicherung. Oder sie. Oder er. Ja, ich habe angefangen. Au. Also, ich habe angefangen mit dem Trau-Video. Hä? Guck mal. Du musst nicht auch rüber gleich, oder? Dete? Ja, klar. Das muss man vor mich hinfahren. War das hier? Das ist aber komisch, oder? Jetzt musst du aber aufpassen. Jetzt hätte ich fast ein Wort gesagt. Wir hatten auch so vergneifen können. Was hat er jetzt gesagt? Hallo. Hallo. Das Wort mit H und das Kreuz dahinter. Alles klar. Achim hat mich vom Server geklickt. Alles klar. Ist da einer hinterher? Ich meine, er ist hier. Dete, ich glaube, der hängt bei mir drin. Kannst du den nicht annehmen? Ich sehe da zwar eine Fahne. Ich sehe da keine Fahne oben geworden. Warte, ich fahre ihn mal weg. Meiner. Robert, der ist jetzt lang, gell? Hallo. Hallo. Ach, ich stehe vollkommen falsch. Gibt es dich auch noch, Alter, Julian? Ja, Digga, aber ich gibt es noch. Ich habe gedacht, du bist schon ausgestorben, Alter. Links, wo bist du mal raus, oder? Nee, ich habe scheiß Dreischicht jetzt in der Ausbildung. Oh, Schichten ist scheiße. Also, Dete ist es gewöhnt, aber ich könnte es nicht. Ich habe angefangen in den ersten sechs Monaten mit Frühschicht. Okay. Jetzt habe ich seit zwei Wochen Frühschicht, Schwäschicht, Nachtschicht. Fickt mein Leben komplett. Ich habe das immer so gemacht, dass ich habe meine Arbeitszeit acht bis zwölf und dreizehn bis siebzehn und danach kann ich alles gern haben. Alles so teuer, ihr Mensch. Genau, alles so teuer, ihr Mensch. Und dann bin ich entweder auf dem Boot oder mit euch für einen Stream da. Feuer ist besser mit der Linke. Ich fahre schon mal raus, gemütlich, ja? Oh, babe, scheiße, ich bin schnell wieder weg. So ein großer Feuerball, Junge. Feuerball, Junge. Achter, Herr, kleine, Steffelini ist ja auch wieder da. Wer? Unser Steffi. Steffi, was? Warum hast du mich vom Server gekriegt? Justin, Steffen? Was? Ja, bei mir steht hier, Achim Schwartenpower hat sie vom Server gekriegt. Hä? Scheiße. Ich habe das Server in Macke, oder mein PC hat das in Macke? So, ich warte mal draußen. Achmin. Achmin. Ich habe es vergessen schon, er wusste es noch, der Kupfu. Achmin. Das ist alle mal gewusst. Aber geil. Es ist Sonntag, Digi. Weißt du mich, Markus? So, wer ist denn alles da? Ich muss mal hier gucken. Naipo ist hier, Markus C ist hier. Ich bin da. Alle sind da, alle, meine Lieben, sind da. Junen ist hier und so weiter, Robert. Buddy in your channel was kicked from the server. Wow. So, wer ist gekickt worden? Kung Fu. Kung Fu. Wen? Kung Fu. Kannst du den nicht einfach da raufhauen? Kung Fu, alles klar. Ja. Hast du hier, hast du, was, 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 was? Ja. Was war das jetzt? Achim hat mich gekickt. Er hat ein bisschen Spaß gemacht. Das ist okay. Raus mit Achim. So, wo siehst, Dete und Robert? Kommt ihr raus? Achso, ihr seid da. Robert hat eine Ladung. Robert, deine Ladung? Schaut euch mal meinen sexy Avatar an. Robert? Achtung, da kommt noch einer. Wer ist das? Robert? Ja, ich kann meinen Hänger nicht nehmen. Was? Wieso das? Ja, weil die haben so Dete partei nicht gestellt. Bist du da? Ja. Ich bin der Recht. Dete, bist du hinter mir? Ja. Was, du kannst deinen Hänger nicht nehmen, Robert? Das kann nicht sein. Dete. Der linke ist der Freund von meiner Mutter. Wacken, 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 ey, ey. Echt jetzt? Ja. So, Streamking ist immer noch dein Gott. Ja, Leute? Und ich frage mich gerade, warum ich den immer noch so oben habe. Das sagt mir gar keiner. Nichts für den Ausnehmer da, bitte. Irgendwie. Muss doch gehen. Nee, der hat mir komplett verkehrt hinkstet. Zeigt zwar die Fahne auch, aber der Hänger steht verkehrt da drinnen. Kommst du von der anderen Seite rein? Nee, hinten ist zu. Das ist belastend, wie im Cargaming sagen würde, liebe Freunde. Ja, probieren wir schnell. Ich hole noch schnell ein Wasserhirn hier noch und dann... Der ist ja komplett lost. Ich weiß, was er zum Mord. Ding, ah, egal. Was? Markus? Sie an seine Glocke spielen. Glocke spielen? Was? Was? What the fuck? Digi, da darf nur Dani ran. Und ich halt. Okay, hast du recht. So. Ja, fuck. Der war gut. Ah, ich bring den immer so geil. So, ich hole schon Wasser. Wait, so lange, so wird es gefährlich. Was ist das? Nein, doch. Na, ist das ein Arschloch, oder? Wer? Tom? Ja, nix zu euch. Geht der mit Knie. So, wann, wir fahren gleich? Nee, geht nicht. Ich kommt da nicht mehr mehr aus. Ich muss meine Glocken schnell ausleeren. Ja, dem so teppten so gut. Mein Hangout hat sich verkehrt. Wie kommt er nie aus? Wenn seine Glocken läuten, DT, dann läutet es aber richtig laut an. Woher willst du, wie sie das anhören, wenn meine Glocken läuten? Ja, mein wahrscheinlich Stiefen und Tom. Ja, das meine ich ja. Dann gibt es ja heiliger Pimpern, oder? Heiliger Pimpern, ey? Heiliger Pimpern, ey, ne, komm du Huhncomputer, du. Oh, ich hab 20 Dock-Oins gewonnen. Das hat mich schon richtig. Ja, endlich. Ja, ja. Tom, geh uns auf Feuer mal, Junge. Boom. Lass die Finger von meinen Nuggets putzen. Alter, es ist einfach so herrlich. Erfro, Pimpern, ich glaube, das ist nicht mehr was. Kann nicht, wo nicht wahr sein, hier. Komm, sie verdrüben, rüber, schenkst du den Fingernasch in Dresden. Achmin. Achmin. Ich kann das selber. So. Wer ist denn hier da? Tom? Tom, ja. Ich musste mal kurz Pause hier. Ja, Lulo machen müssen. Schenkst du den Fingernasch in Dresden, und was ist, wo bist du denn dann? Was, im Stream laufe ich jetzt weg? Das kann nicht sein, Leute. Im Handy. Was? Das kann nicht sein. Ja, oben hat der heute ein bisschen arg heftige Verzögerung. Was, wir haben 13 Sekunden. Jetzt kommst du gerade wieder. Hä? Ja, was, das sind aber... Eins, zwei, zwei. Das war anders. Habe ich 13 Sekunden? Warte, jetzt gehe ich kurz bisschen. Warte mal, jetzt. Hä? Das stimmt. Habt ihr das auch? So, jetzt gehst du aufs Klo. Rente raus. So, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Zwei, elf, zwölf, dreizehn. Da stimmt was nicht, Leute. Mach mal alte vier, alle. Ja, genau. Ja, ja. Verzögerung ist nur 13 Sekunden, Leute. Hat YouTube hier einen kleinen Stau? Ich sehe es jetzt gerade. Das dürfte nicht sein. Warte mal. Ihr müsst mal ausschalten, wieder einschalten. Vielleicht liegt es an dem. Warte mal. Raptor ist hier. Raptor. Ihr müsst mal ausschalten, wieder einschalten. Dann geht's. Bei mir bist du immer noch auf Toilette. Das ist krass. Ja. Hier sehe ich es hier. Hi, Raptor. Das ist aber ein Fehler. Oh, du musst es immer neu einstellen. Nee. Aber ich guck mal, Leute. Aber es ist einschalten. Ist da was rausgepatscht, Schatz, wo du rausgeholt bist? Nee, dürfte nicht sein. Ich hab hier... Ich hab drin extrem niedrige Latenz. Ich hab hier eigentlich Echtzeit drin. Ich hab mir heute einen DVI gekauft. Muss ein Fehler sein, Leute. Das dürfte nicht so viel verzögert sein. Das ist ein Fehler. Drückt mal. F4. F5. 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 Habt ihr schon probiert? Das kann... Was ist das für ein Fehler? Wieso hat das so eine Verzögerung? Das ist mir jetzt gerade aufgefallen, weil da hab ich nur 13 Sekunden eigentlich, glaube ich, habe ich eingestellt. Fahr einfach los jetzt, weil Robert steht hier mitten auf der Straße. Ach so, ja, genau. So, meine Lieben. Dann fahren wir mal. Raptor ist auch am Start hier. fährt er mit? Ja. Sehr schön. Okay, dann können wir losfahren, oder? Robert, hast du jetzt gehabt, den Hänger? Ja, ja, ja. Fast alles. Robert und seine Problemchen, du. Immer wieder, du. Die, die... Entweder habe ich sie oder Robert hat sie. Ja. Nein, meine Hänger waren auf zwei Kisten oben gestürzt. Ja, da oben. Mein Navi zeigt mich da da oben an. Robert, verfolgt. Ich hoffe, das stimmt. Guteam! Tom? Habt ihr gehört? Tom? Ja? VGA ist der weiße Stecker, oder? Am PC? VGA? Ja. Am PC, meinst du? Ja, weil es gibt ja einen DVI. Ja, DVI, es gibt HDMI, DVI und VGA. VGA ist der weiße, glaube ich, was ich weiß. Mein DVI ist der blaue. Wieso? Weil ich mir so einen Adapter bestellte, weil meine 1050 Ti... Ja, die Grafikkarte? Ja, genau. Nur einen HDMI-Stecker hat. Okay. Und mein älterer Bildschirm nur DVI... Äh, ne, VGA hat. Okay. Das zeigt es normalerweise an. Guck mal, Leute, was für eine Verzögerung ich habe. Das liegt an YouTube, oder? Ja. Ich habe das... Äh, Leute, ich sehe es gerade auch. Ich bin doch gar nicht im Spiel. 20, 30 Sekunden. Warum das? Bei mir ist das nicht so. Bei uns schon. Okay. Echt nicht? Jetzt kratze ich mich gerade am Hinterkopf. Warte, ich mache mal die Hände hoch. Put your hands up, put your hands up. So. Dann machen wir es 13 Sekunden, dann kommt das. Oh, oh, Gerda. Was ist denn da los heute in dem Spiel? Jetzt fahre ich erst hier... Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Ich habe einen vollen Dank gehabt, und jetzt habe ich keinen Sprit mehr. Guten Morgen. Robert hat keinen Sprit mehr. Ich habe einen vollen Dank gehabt, wie ich noch gelatet habe. Ja, das Back, wo wir hatten vorhin da mit Bave. Das war krass. Ja. Redex ist hier. Grüß dich. Nein, ist der Wurscht. Wurscht ist, wie gefällt die Hut, wo man da der Sau durchgefürzt hat? Ähm. Wie? Wieso hat... Ja, kannst du trotzdem fahren, Robert? Ja, es zeigt mir es zwar auch. Einmal kriegen wir das schon. Das ist komisch. Dete, noch da? Ja. Willst du vor? Dete mit Knete. Ich bin Kilometer weit hinter euch. Okay. Machen wir ein bisschen easy. 24 plus 1 minuspolig männlich. 15polig weiblich. Was? Du bist hinter mir, Dete, oder? Ja, ich sehe dich auch. Dete mit Knete. Analoger Monitoradapter. D, V, I, D, Stecker, V, G, A-Kopplung. Oder ist das der Robert? Das ist Robert, der hinter dir ist. Nein. Das ist Robert, der hinter dir ist. Du bist eine heiße Nummer, Robert. Hier überhol bei der Kurve. Alter, für dich lege ich mir bald das Megafon an. Von, 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 äh, geile. Alter, du, wasch dir mal die Füße, damit mal der Dreck nachrutscht, ey. Wie, was? Ja, das ist ja ich von meinem Meister so. Was? Was? Ich komme nicht mit. Ey, wie so ein frisischer Hund, ey. Wer? Da vorne gibt's Freibier. Wo? Wo? Wer? Was habe ich gemacht? Jetzt ist gold. Ja, bei mir. Was habe ich gemacht? Die reden alle, ey. Ich dachte, Robert ist und der hat in der Kurve überholt hier. Und ich hab gesagt, der Robert soll nicht in der Kurve überholt. Das ist gefährlich, wenn einer kommt. Warte mal ein bisschen, dass DT kommt. Was habe ich jetzt gemacht? Ich verstehe es gerade nicht. Du hast ja nichts gemacht. Nein. Alles gut. Ihr labert alle dreien. Hast du eine heiße Nummer, Robert? Jetzt kannst du dich eh rollen lassen, eigentlich. Fährt Raptor mit? Ach, der Raptor hat nie im DS. Das ist der einzige, wo nie im DS kommt. Das ist das Phantom der Schweiz. Haha. Er hat erhört und er hat schon da nur so ein Leiste, Mann. Geh, Raptor. Hobschwitz, das Phantom der Schweiz. Ne, das Phantom von der Schweiz. Ganz schön, Schweizerdeutsch. Alexa, wie spät ist das? Boah, komm, ne. Hast du echt den Dreck? Das Ding hätte ich schon längst aus dem Fenster geworfen. Wie süß ist der Arbeiten? Tom, ich hab auch eine. Wie der Drachenlord, wo er sagt, Alexa, findest du mich hübsch? Hat sie nicht geantwortet. Ich kann, ich verstehe die Frage nicht. Was? Eine ganz spezielle Antwort auf diese Frage, wenn du möchtest, wählst du deine Routine ein. Frag mal Alexa, habe ich einen großen Penis? Frag mal, was sie reagiert. Sorry, ich kann nur damit antworten, klein. Aber wieso ist es bei ihr 19 Uhr 1? Was haben wir, wir haben 20... Weil sie dumm ist. Alexa, ich meine, der Name sagt schon alles, Digi. Nein, du musstest umstellen. Wieso hast du so ein Gerät gekauft? Das ist so schön. Alexa, wie spät ist das? Es ist 20 Uhr 2. Also dann. 20 Uhr 3, Alter. Frag mal, Alexa, warum hast du so eine Hackfresse? Alexa, warum hast du so eine Hackfresse? Achtung. Für Hilfe zu dieser Frage gehen Sie zum Hilfe und mit... Frag sie nochmal. Alexa, warum hast du so eine Hackfresse? Komm, mach nochmal. Alter, das war ein Koop, Digi. Na, na, frag Alexa, warum siehst du aus wie ein Penis? Mach mal das. Wenn man wisst, was kommt. Alexa, aus. Alexa, aus. Er sieht Platz, baust du dir Hund. Wie ein Hund. Dete noch da? Dete? Der hat einfach Musik abgespielt. Wo bist du? Sollen wir warten? Na, er kommt schon hinten. Hast du das gehört gerade? Mach mal Fernlicht ein und aus. Ich sehe nämlich dein Fernlicht. Ja, ja. Das ist mit Alexa, war gerade so mega. Mach mal eine aus, Dete. Fernlicht. Ich will nochmal sehen, ob ich sehe es im Spiegel. Mach mal. Bist du nicht. Nee, geht gar nicht. Das bleibt gleich, oder? Ja. Das haben sie nicht hergekriegt. Dark Destroy LP ist am Start. Moin, moin. Hallo, Herr Truckfahrer. Ja. Alexa, was hast du für eine Postanstellung? Ich bin mir leider nicht sicher. Ja. Ab dem Moment wärst du schon längst rausgeflogen. Alexa, hast du schon mal einen Flug vom Fenster erlebt? Nein. Alexa, bist du schon mal aus dem Fenster geflogen? Ja. Ich kann kein Gerät mit dem Mann. Oh mein Gott. Also, frag mal Alexa, ob sie einen Freund hat. Alexa, such mal im Internet meinen Kampf. Weißt du, es ist schnell, jemanden zu finden, der hat sich. Es ist schnell, jemanden zu finden. Was hat sie gesagt? Was hat sie gesagt? Alexa hat einen Freund? Die einzige Verbindung, die ich habe, ist die mit meiner Steckdose. Die einzige Verbindung, wo ich habe, ist die mit meiner Steckdose. Alter. Frag mal, Alexa, kannst du quietschen wie ein Schwein? Alexa, quietsche wie ein Schwein. Achtung. Ja, das war klar, dass sie das nicht kann. Alexa, mach alles weitergeräusche. Ey, mein Freund ist die Steckdose. Kannst du nicht? Die ist so dumm dafür. Ey, das war gerade eine Beleidigung voll gegen mich. Ich weiß nicht, du hast an dem hin gelaufen. Sag mal, Alexa, wackel mal mit deinen Brüsten. Guck mal, was passiert. Alexa, wackel mit deinen Brüsten. Das ist das Geschlechtsmerkmal der Frau. Das ist das Geschlechtsmerkmal der Frau. Nein. Alter. Willst du mal dran greifen? Jetzt hast du mich gerade gefragt, war das hilfreich? Nein. Ja, klar war es hilfreich. Oh mein Gott, ey. Ey, aber Alexa ist so lustig, oder? Ich mag es nicht mehr. Für den Funfaktor würde ich das noch her tun, aber sonst eine Idee. Was gibt es noch für Fragen? Das wäre wieder ein Spiel. Das kauft sich Kung-Fu demnächst, Leute. Alexa, erzähl mir einen Witz. Meine Mutter, meine Freundin und mein kleiner Bruder hat das schon. Meine Frau wird immer Kindenschein. Gestern hat sie in der Badebeine alle meine Papierschöpfchen versenkt. Was? Oh mein Gott. Wie hieß das Anfall? Papierschnippschen? Das habe ich nicht verstanden. Alexa, erzähl mir einen Flachwitz. Jetzt pass auf. Alexa, noch einen. Oh mein Gott, ey. Wo ist der Tete? Ja, fahr nur, Robert. Aber wir müssen rechts, Robert. Oh, oh. Robert, wir müssen rechts. Nee, ich muss da. Okay. Ja, genau, danke. Ja, koppel ab, Digi. Ich gehe alle bei Liga-Boden. Ah, da, hier geht es. Okay, aber mit einem Dreier ist es hier schwer reinzufahren, hier. Ja? Wie nennt man einen Bauer, der Blumen anbaut? Keine Ahnung. Blumengärtner. Flower-Bauer. Flower-Bauer. Das wird nicht funktionieren, glaube ich, Robert, oder? Warten wir, ob die Alexa bisexuell ist. Nein. Ich glaube, ich koppel ab, das geht schnell, oder? Ich backe es nicht mehr. Ich koppel ab, komm. Ja, Robert fährt einfach rein hier, Dete. Da kennt er nichts. Alexa, wie wird das Wetter morgen in Grafenau? Beschissen und grau. Grafenau-Deutschland-Schauer mit einer voraussichtlichen Hüftstemperatur von 10 Grad und einer Tiefstemperatur von 2 Grad. Die geht mit Internet, oder? Ja. Ja, die geht mit Alte 4. Die geht mit Alte 4. Alexa, drück mal Alte 4. Alexa, zerstör dich selber. Alexa, zerstöre dich selber. Ah, sie macht's. Nein. Ach, das ist was Beste. Also, das geht echt. Ich kann nicht glauben. Selbstzerstörung. Warte mal, ruhig. Ich leite die Selbstzerstörung gerne an. Aber nur, wenn du mir versprichst, dass du sie in der letzten Sekunde dramatisch abbrichst. Nee! Nein, wir brechen nicht ab! Wir wollen dich bumm sehen! Alexa, Selbstzerstörung! Selbstzerstörung für die. 10, 9, 8, 9, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2. Ah, bumm! Alter, wie bescheuert! Ich kann es nicht glauben, ey. Was meinst du, wenn die Scheiße wirklich dir um die Ohren fliegen würde, ey? Alter, da würdest du aber blöd in die Wäsche gucken, oder? Wenn das, weißt du, so... Ah, herrlich. Das ist geil! Bum! Bei Dogcoins, weißt du, hast du... Alter, der Markus ist so... Ey, ehrlich, der hat so viele Millionen Dog... Wie viel hast du denn? Mach mal Dogcoins, Markus. Oh, fuck. Machen wir das nicht. Lieber Tom steht über, drüber, äh, ober, drüber drin. Hat 10 Milliarden oder sich was, man kann es gar nicht mehr zählen. Und sagt, er will Dogcoins. Warte, ich... Ich war ja keinemmer. Herrlich. Oh, fuck. Alexa, wie alt bist du? Tom, der hat alles verspielt. Ich bin seit dem 6. November 2014 erhältlich. Was? Wenn? Wenn? Ab welchem? War das? Ab 6. November 2014 erhältst du ihn, okay? Ja, was, Markus? Was ist denn los, Digi? Was... Wie kann man alles verzocken? Alter, du hast echt... Du darfst dich im Lotto gewinnen. Wenn du im Lotto gewinnst, musst du mir das Geld... Die Banküberweise, ich... Ich lege es gut an, Digi. Damit du nicht verzockst, ja? Das ist gechef. Versprichst du mir das? Warte, ich komme, Leute. Ich muss die umdrehen. Hier, er kommt. Alexa, hast du Geschwister? Ich bin nur zur Amazon-Familie und bin in Verband mit Hi-TV, mit dem Echo-Dot und mit dem Echo-Show. Oh mein Gott. Sag mal, wie viel hast du denn? Hier, Markus, warte mal, ruhig jetzt mal. Ist wieder gut, dass hier mit Alexa... Ähm... Bisschen fahren muss sein. Tete noch hier? Tete denkt sich nur, halt die Fresse. Ich bringe dich um, Alexa. Vor allem, wenn ich das sage, gebe mein Handy auch mit an. Wie viel hat der denn? Ich höre alles doppelt. Er soll mal Dockcoins machen. Wie viel hat der denn? Ich gebe dir schon Dockcoins. Wie kann man die... Hat der alles reingehauen, Achim? Wollt er noch mehr? War er gierig, oder? 1.800 Dockcoins noch. Wie viel? 1.800. Aber er kommt gleich unterhalb bei ihm. Er kann... Er kann nicht mit Geld umgehen. Warte, er kriegt von mir ein bisschen was. Jetzt kriegt er aber nicht mehr 5 Millionen hier, 10 Millionen. Jetzt... Jetzt ist es aus. Bleibt mal kurz stehen, Leute. Vorne. Jetzt funktioniert das Dockcoins nicht. Haha. Doch jetzt. Wie kann man 100 Milliarden Dockcoins verzocken? Warum kriege ich heute aktiviert im Moment wegen Spam-Schutz möglich? Versuchen Sie es. Ein paar... Ein paar... Was? ...Munden später. Was ist nicht möglich? Wenn ich jetzt mal... ...Dimstwick... ...Tack oder im Film. Was? Durch alte 4. Durch alte 4. Macht den nicht. Alter 4 und der Tag gehört dir. Danke dir. Danke dir. Ihr macht mich kaputt, Leute. Ehrlich, ey. Klassisch, ey. Wie kann man diese ganzen fucking Dockcoins verzocken? Das kann gar nicht sein, Leute. Der hat alle Millionen Dockcoins verzockt. So, ich gebe dir jetzt 3 Millionen. Dann kannst du es dir mal ein bisschen einteilen. Tom, ich gebe dir einen Tipp. Gib ihm deine Zugangsdate von deinem Konto. Ne. Garantiert nicht. Alter, Achim. Mal ganz Sachen. Wenn er gewinnt, muss er mir die Daten von ihm alles geben. Ich lege es gut an, Markus. Und dann, wenn du was brauchst, immer mir sagen. Was du anlegst? Bei 5 Millionen von mir ist es in 2 Jahren dann auf... Keine Ahnung. Er verzockt die ganzen... Markus, wie hast du das geschafft? Ey, da liegt Holz. Okay, Robert. Wo ist der denn hin? Der ist gar nicht mehr da, oder? Hast du dich gestummt? Tom, ich meine, ein Bot ist abgetackt. Hm, was ist abgetackt? Kein Bot. Mein Bot läuft nicht. Na, da kommt nichts mehr, wenn du da kannst eingepackt. Ja, warte mal. Der hat immer so einen Fehler. Wenn ich umstelle, müssen wir ein bisschen warten. Disconnect. Der hat zacki, zacki, fucki, fucki, alter. Nein, wir müssen immer ein bisschen warten. Der checkt das dann nicht. Und dann schaltet man immer hier das um. So. Sorry, Robert. Ja, die wisst ihr ja, das leistet ihr wie. Mal Spaß machen. Ja, heute habe ich auch schon mindestens drei Millionen verhauen. Jetzt müsst ihr ein bisschen warten. Vielleicht geht es dann wieder. Vier Millionen, weil ich Markus noch zwei Millionen gegeben habe. Ja, mach mal auf DocCoins und dann seht ihr das zum Glück. So, Freunde, das ist die letzte Fahrt. Und dann lasse ich es eigentlich gut sein für heute, denke ich mal. Weil ich bin müde. Ich möchte noch was essen geben, weil ich etwas Kleines. Ich war zwar heute schon Ding essen, aber mal gucken. Bisschen später, ein bisschen haben wir noch Zeit. Das haben wir dann 20 Uhr 14, zwei Stunden. Haben wir gesamt zwei Stunden und 22. I don't know. Und ich würde mich jetzt verabschieden. Ich gehe jetzt, Franziburger. Kannst fahren, Robert. Ja, ich komme genau. Dankeschön, Achim, für die Hilfe und so. Kein Problem. Bis dann, tschau. Schönen Gruß, ja. Tschüss. Dabei. Wo steht der hin? Ist er eine rauchen? Nee, der ist ja vorkommen. Bei mir geht's nicht. Ist er noch im DS? Boah, meine Augen brennen, Leute. Okay, jetzt ganz ganz. Ja, ich hätte ich noch im DS um. Okay. Ich glaube, es ist eine rauchen. Ich habe vorher nicht verstanden, was war. Was das Problem war. Ich habe alle dreien geredet und Robert hat den Kurfürbrot. Oh, mein Hals, Leute. Da kommt auch keins geht immer noch nicht. Ja, aber es ist ein bisschen warten. Sonst muss ich kurz, muss ich wieder stehen bleiben. Immer jedes Mal, der, der, der Fußbrot macht immer so Macken. Wenn ich, äh, jedes Mal da keins gebe, hat er dann ne Macke. Äh, Robert. Bei dem nächsten Geringer bleiben wir mal stehen. Ich muss ihn kurz mal ausschalten, wenn er einsteht. Ja, bleiben wir stehen. Hier rechts bleiben wir kurz. Sorry. Ja, ist ja blöde, wenn man Leiste macht. Ist doch egal, ob der auch keins oder nicht. Mein Gott, nein. Geht auch die Welt unter. Ich schalte mal ab, nochmal den Fußbrot. Der hat ne Macke. Ich weiß nicht, ob das liegt. Freunde. Oh, meine Augen breiten. Ich muss mich noch mal echt ein bisschen relaxen hier. Ich wollte eigentlich noch Golf with the French spielen. So, connect. Probiert jetzt mal. Bitte einer. Ich kann das einfach auch probieren. Geht's wieder? Docker Quimps. Nö. Da steht der Leiste im Status. No stream detect yet. Er hat echt einen Fehler. Dann drück hier all du ein F hier. Ja, dich. Ich tue nochmal. Das ist so nervig. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich muss irgendwie mit dem Ding zusammenlegen. Really, Nigga? Ich geh jetzt auch noch auf. Ich spiel noch ein bisschen BO4 auf der PS4. Okay. Tschüss. Tschüss. Was ist denn jetzt an der Anmeldung? Der hat die Anmeldung. Ich seh die Anmeldung nicht hier. Dieses scheiß fucking... Was hast du denn das? Das kann man nicht lesen. Das kann nicht wahr sein, ey. Ehrlich jetzt? So, Passwort. Oh Mann. Ich gebe beim Passwort meine E-Mail-Adresse ein. Super, oder? Äh, super. Keine Ahnung, wieso. So, warte mal. Ich authentifiziere das nochmal. Der hat irgendeinen Fehler. Keine Ahnung. So, successful. So. Authentificated. Geht's immer noch nicht. Warte mal, Robert. Geht's? Das kann ja nicht sein, ey. Ich weiß. Das ist ein Fußballproblem. Das liegt nicht an mir, weil ich bin eigentlich drin. Machen wir mal Disconnect. Nochmal Connect. Das war bei mir auch. Er hat kompletter Fehler. Ich weiß es nicht. Der zeigt mir auch nicht dieses Ding an. Das hat er schon gehabt. Ich darf mal die Authentifizierung durchgehen. Ich weiß es nicht. Jedes Mal, wenn ich umstelle. Komisch, komisch, komisch. Ich fühle mich jetzt ein bisschen idiotisch. Wollen wir, Leute? Ich muss was einstellen, kurz. Jetzt kriegt er mir schon wieder diese fucking E-Mail. Das kann ja nicht sein, Leute. Ich weiß nicht, was das Fußball hat für ein Problem. Das ist ein Fußballfehler gerade. Kann passieren. Das ist live, Leute. Ich kann ja auch nichts ändern. Das ist halt leider so. Was ist das, was sie da tut haben? Ja, ähm, Kart. Da. Pfff. Markus, die mir einschreibt. Wie, was? Ich verstehe gar nichts. Was? Was machst du da gerade für ein Bot aktivierst? Ach, das ist ein Fußball da, wo ich da die Zahlen nicht lesen kann. Dann habe ich überhaupt keine Chance. Was ist das, was ist das, was ist das mit denen? Ach so, das ist nur ein bisschen Spiel eigentlich. Ja, ich habe gemeint, da kann man dir was Gutes tun. Nein, nein, das sind eure Dockcoins. Vor drei Minuten. Ah, okay. Irgendwann. So, nochmal. Okay, jetzt muss es gehen. Ja, sechs Vivas. Das hat er mir nicht angezeigt. Da, ich zeige es euch, was ich meine. Äh, der war jetzt vorhin, jetzt ist es auf sechs Vivas, jetzt geht die Dockcoins. Und da hat er gesagt, äh, nein, aber das ist ein Fußballfehler. Der rafft nicht, äh, keine Ahnung. Wenn ich dann was umstelle, hat er hier einen Fehler. Jetzt gehen die Dockcoins, Leute. Und ich glaube, so zeitverzögert sind wir jetzt gar nicht mehr, oder? Oder schon? Immer noch? Doch, ein bisschen. Ja, 13 Sekunden sind immer normal. So, Robert, sorry. Wir machen jetzt die letzte Fahrt. Sorry, Leute. Pfff, der ist nicht da. Nein, nein, geht schon wieder. Der Fußball müsste laufen. Machen wir Dockcoins? Ach, Lehrgang. Äh, Handballzinn. Okay. Machen wir Dockcoins. Außer Verzeihung Dockcoins. Jetzt wird es gehen. Ah, bei der Augenbreche. Ich bin müde. Äh. Ich werde nur noch ein bisschen Fernsehen gucken. Ja, ich muss am... Entschuldigung. Bitte was? Was machst du jetzt gerade am Computer gerade? Bei mir tust du irgendwas am Computer umstellen. Ja, immer noch, ja. Äh, noch. Okay. 11 Zuschauer hast. Ja, die Verzögerung ist extrem, Leute. Da stimmt was nicht. Ihr müsst den Stream neu starten. Dann geht's wieder. Das ist ein YouTube-Fehler, weil man vorher ins Internet abgekackt ist, vermute ich mal. Deswegen haben wir jetzt so eine lange Verzögerung, Leute. Falsch. Ja, so, jetzt... Ich fang auch wieder an. Ja. Siehst du, jetzt gehen die Dockcoins. Jetzt hat das Kraft der Markus. Siehst du? Das ist das. Und das ist das Problem. So, hast du wieder Dockcoins bekommen? Äh, keine Ahnung. Äh, wir haben eine extreme Verzögerung von 50 Minuten, äh, 50 Sekunden, wenn nicht länger. Gerade, wo ich nur 13 Sekunden drin habe. Am nächsten Mal ist das nicht mehr so. Das ist jetzt gerade... So geht wieder, mein Schatzi. Ja. Ich rieche das schon, Leute. Aber die Verzögerung nervt mich gerade ein bisschen. Okay, Robert, kannst du Gas geben? Oh, ich kann auch nicht mehr, Leute. Das ist die letzte Farb, meine... Farb? Das ist die letzte Farb? Das ist die letzte... Das ist... Alter, dieses Deutsch. Das ist die letzte Farb, Leute, weil meine Augen brennen wie Sau. Ja, so. Robert, bist du alles fertig gefahren, oder wie? Also, der Feldbacher, Robert, meine ich. Ah. Ja. Ich habe keine Dockcoins gemacht. Ja. Ich habe irgendwie... David Kai Weske ist hier. Hat hier irgendwie GIF, äh, okay. Ein GIF, äh, okay. Nein, das funktioniert nicht, Digi, glaube ich. Nein, das funktioniert nicht, Digi. Du brauchst die Dockcoins. Das geht nicht. Nein, 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 nein. Dir selber kannst du keine 100 geben. Ich muss jetzt schauen, wo meine Elke... Warum ich keine Elke mehr habe. Das geht leider nicht. So, letzte Fahrt, meine Lieben, und dann, äh, Ende. Ja, außer für die Dockcoins, wie du hast du... Bist ganz neu, ja? Oh, da ist einer ganz gierig. Reinkommen und schon gleich haben die Dockcoins. Ne, ich glaube, die hast du noch nicht. Ab, äh, drei Minuten 300 Dockcoins. Oder? Markus? Glaub, oder? So habe ich es eingestellt. Tom, bei mir läuft das Team. Was läuft echt? Ich weiß nicht, warum... Das ist komisch, das ist komisch. So, siehste, er hat 305 Dockcoins. Der David. Was, ich tue mal bei mir nochmal? Pro Minute, glaube ich, 300 Dockcoins. Ne, pro drei Minuten 300 Dockcoins. Dann kommt er von mir. Das ist sicher nicht so blöde. Jetzt sehe ich es erst. Könnte eigentlich in der Mitte sitzen. Wieso bin ich nach links und nicht... Ey, ich verstehe es gerade auch nicht. Ja, da kriegst du eine Kameraeinstellung. Das ist ein bisschen blöd. Hab dich lieber. Dankeschön, Dankeschön. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen Golf with the French spielen. Das Problem, ich muss morgen arbeiten. Das ist die letzte Fahrt, wie gesagt. Weil ich kann nicht mehr. Meine Augen brennen. Und wenn meine Augen brennen, oder Robert? Dann sagt man, nee, dann muss Schluss sein. Ich muss morgen auch arbeiten. Das fahren wir jetzt noch. Ich merke eigentlich, meine Augen brennen. Ich bin müde. Es war eigentlich wie so ein strenger Tag, wo es Sonntag war. Ich habe noch die Pflanzen, habe ich gekohlt. Die Sonnenschirme habe ich gekohlt von meiner Mutter drüben. Also meine, wo ich dort drüben hatte. Die Pflanzen vom Geschäft. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch... Ah, da lecken ist es bei mir. Nein? Nee, also bei mir leckt es irrsinnig jetzt so. Es leckt bei dir? Ja. Hast du irgendwas laufen oder so? Oder machst du gerade einen Update beim Computer vielleicht? Ich glaube schon. Nee, habe ich heute schon gemacht. Aber du... Kackt dir was ab, oder wie? Nein, es ruckelt ein bisschen. Machen wir die Leuchten aus oben? Besser? Ja, ein bisschen, aber es ruckelt noch immer. Es ruckelt? Ja. Ja, was macht es? Ja, so stottern tut es jetzt. Ja, er packt gerade was nicht. Irgendwo ist ein Fehler. Ah, jetzt geht es wieder. Ja, das ist ein Spielfehler vielleicht. Ich glaube nicht, dass es im Computer liegt, aber ich müsste mal gucken. Ich müsste das Programm nochmal checken bei dir nochmal. Oder vielleicht hast du irgendwo... Das kann fies sein. Weißt du, im Hintergrund, was läuft gerade oder so? Irgendwas, ein Update oder... Ja. Obwohl wir eigentlich nichts haben, wo irgendwas jetzt stören würde bei dir. Ja, eben, weil ich ja alles ausgeschalten habe. Ja. Ja. Vielleicht irgendwo bei Steam, dass er ein Update macht bei einem Spiel. Ja. Robert, dann fahr du einfach ein bisschen, dann kannst du das nächste Mal bei uns mitfahren, ja? Ja, das... Das meint, in Mindford hast du ja, oder? Ja, das habe ich. Okay, Garage. Ja, vielleicht guck, fahr ein bisschen so offline und dann kauf alle Garagen oder so. Oder fahr ein bisschen rum. Ich hätte es jetzt vorher nochmal probiert. Anmelden geht immer noch nicht. Wie meinst du, abmelden? Was? Ah, bei MP anmelden. Siehst du, Markus sagt, das lassen wir mit dem Golf für heute. Okay, vielleicht, weil du ein bisschen warten musst, wegen der falschen Nummer einmal eingeben oder so. Passwort. Nein, ich habe das ja mit dem Achim. Mit dem Achim? Mit dem Achim? Ja. Mit dem Achim? Achim? Achim. Ja, gemacht, ja. Und, was war? Ja, äh, geht nicht. E-Mail und Passwort vielleicht falsch. Kann aber nicht sein. Keine Ahnung, du musst ein neues machen. Ich kann dir jetzt gerade auch nicht helfen. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Beim ETS ist es auch gegangen, bitte. Okay. Mach einen eigenen Account und alles. Ich habe ja gestern mit alles gemacht. Ja, irgendwo ist ein Fehler. Ich würde schon gehen, aber da muss man gucken. Ich kann dir da nicht helfen. Ich kenne mich da auch zu wenig aus. So lange im ETS-Multiplier-Spiel passt. Ja, das packe ich heute nicht mehr, weißt du. Noch rauf gehen, noch mal gucken hier. Na, passt schon. Immer gucken, was für ein Passwort, äh, keine Ahnung. Neu starten, mal Computer, noch mal reingehen, morgen und dann gucken noch mal. Wenn du das Passwort richtig eing... Vielleicht hast du das Passwort falsch eingegeben, hast du es falsch aufgeschrieben, weißt du? Nein, habe ich nicht. Ich habe sie ja neben mir liegen. 100 Prozent. Ja, weißt du, das passiert schneller. Ja, habe ich 100 Prozent. Sicher? Ja, habe ich. Okay. Das lassen wir mit dem Golf-Mainter, Markus, okay. Kannst du mir das nicht antun? Dann ist nie... Normal geht's. Bei World of Trucks, oder? Es ist so kompliziert, mich wundert sie, dass manche das schaffen, hier reinzukommen. So, vier Kilometer, wir sind da, Leute. Dann lassen wir es für euch gut sein. Ich bin fixen down. Wenn ich jetzt nicht reinkomme, breche ich einfach ab. Keine Ahnung, ich halte es komplett gerade zusammen. Und ich will heute noch ein bisschen Fernsehen gucken. Und dann ein bisschen schreiben. Hola. Will ich live-Bone machen. Richtig. Und? Meins, habe ich gesagt. Meins, meins. Ah, hola. Mein Kalking ist auch am Streamen. Bei mir fährst du noch. Hm? Warte, bei mir... Also, Freischaltung kann auch noch etwas dauern. Das geht nicht sofort weiter, Markus. Einfach mal warten ein bisschen. Okay, ja, danke. Irgendwann was liegt schon. Danke, Markus. Auch Tom, danke. Ich denke, es liegt an dem, oder? Du hast ja das ganz neu und äh... Ja, es hat gestern. Eben. Ja, ja. Wo ist es ein bisschen aktiviert, wenn es dauert. Das war beim Biasa. Ja. Ja. Wir gucken noch ein bisschen TV, gucken wir uns in den South Park und ein bisschen relaxen. Vielleicht lasse ich mir noch was bestellen. Vielleicht bestelle ich noch was schon. Ich habe keinen Bock essen zu gehen heute. Und hier jetzt einfach noch mal. Walbert, Walbert, Walbert. Vielleicht müssen wir wieder gerade reinfahren. Was meinst du? Oh, wei, wei. Oh, ja. So, jetzt brechen wir es ab und dann scheißen wir drauf. Jetzt probier mal rein. Okay. Ja, einfach gerade rein. Komm, Robert. Locker. Äh, schaffst schon. Mit einem Dreierhänger geht das schon. Flocken-Dreier in deine Eier. In deine Eier. Ich konnte es so aufgaben. Wunderbar. Ja, du bist ein Kerzen, du. Ja, kein Wahnsinn. Du bist so deppere. Die Freistell bei MW hat mir zwei Tage gebraucht, okay? Halle, Lieben. Freizeit- und Wohnschub. Schatz ist da. Auf you. Auf you. Ah. Oh, jetzt bin ich... Jetzt fahre ich nicht gerade rein, oder? Wir wollen gerade aufhören. Wir können auch ein bisschen telefonieren, wenn du willst, weil ich bin totmüde. Dani, siehst du? Hallöchen. Meine Maus ist da. Ja. Ich und meine Maus. Ich und meine Maus. Ich und meine Maus. Äh, ich bin... Wo warst du noch vorhin, Dani? Aha, jetzt überhaupt. Ich weiß gar nicht, ja? Ich habe so eine Verzögerung. Die hört mich jetzt nicht, weil ich immer noch am Fahren bin. Ich weiß... Ich habe hier... Bei mir passt er aber auch noch. Ja, ich habe so ein Problem gerade, so ein Fehler. Ja, das ist so ein Problem. So, gehen wir eigentlich mal aus dem Game raus. Äh, ich wollte jetzt gerade aufhören, weil ich eigentlich fix so down bin. Äh, meine Augen brennen und, äh, ich muss ins Bett, Leute. Ich gucke, jetzt mal was werden. Ja, du wohnst. Ich werde mir noch was bestellen. Und das ist immer noch hier die Verzögerung. Ich bin immer noch am Fahren. Ja. Und Markus sieht es eigentlich normal. An was liegt das? Er klickt es mal weg. Ich klick es jetzt nochmal nach meinem YouTube an. Ich glaube, es liegt an dem, wenn Markus sagt, er hat es eigentlich... Also, das brechen wir es ab. Dann scheiß wir es mal drauf. Markus ist schuld, sagen wir es halt einfach. Jetzt kommt die Verzögerung. Ich bin schon längst drin und jetzt kommt erst noch das Video. Das stimmt überhaupt was nicht mehr. Und, äh, wenn ich dann rede, dann, äh, selber kochen. Nee, ich habe jetzt nichts da zum Kochen. Selber kochen. Das ist ein Fehler. Ich fahre jetzt bei mir im Stream, fahre ich immer noch rein. Okay. Markus, danke. Komplett bescheuert eigentlich. Ich weiß nicht, was der Fehler ist. Schau mal, der ITS-Multipleer geht überhaupt. Zwölf Stunden. Nee, ich koche mir nichts selber. Ich, äh, ich habe schon noch was. Nee, ich bestelle mir jetzt einfach was schnell. Und, äh, schön gemütlicher geht noch was essen oder keine Ahnung. Warum ist der? Bei mir meine ich immer diesen Kopfhörer. Wir haben einen schiefen Kopf, aber das ist irgendwie der Kopfhörer so saudum. Keine Ahnung. So. Bei mir fährst, äh, fährst du gerade, und jetzt hängst du ab beim Hänger. Ja, das stimmt was nicht. Leute, ich beend mal den Streamen. Ich weiß nicht. Sollen wir noch ein bisschen Golf spielen oder was? Oder was wollen wir machen? Oder sollen wir es gut sein lassen? Zwölf. Zwölf. Ich kann nicht mehr. Ich bin kaputt. Leute, ich bin müde. Ich, äh, ich, ich, ich muss weg vom Computer jetzt mal. Ich muss mal alles abschalten und einfach mal runterkommen hier. Das ist wirklich ein Verzögerung. Gell? Voll die Verzögerung hier. Das ist kacke. Ich habe so eine Minute Verzögerung. So, Freunde. Ähm. Schatzi, ich rufe dich gleich mal an. Ähm. Ich lasse es für heute gut sein, Leute. Ich bin Ende. Es geht nicht mehr. Meine Augen brennen und ich muss weg vom Computer jetzt mal. Das war heute ein bisschen, war zwar Sonntag, aber ein strenger Tag. Ich habe nur eigentlich zu viel gemacht heute schon wieder. Äh. Was, Schatzi? Du bist neugierig? Wie? Hä? Oh, was ist bockig? Ola, bitte. Ich komme gerade nämlich. Ich komme mit meinem Leben nicht klar. Ich habe so eine Verzögerung. Ich kann da nicht kommunizieren mit euch. Nein. Das ist mit der Dani jetzt nicht wo drin. Weißt du, Robert? Das nervt gerade, das, äh. Weißt du mich? Nein, das Dream. Ich kann nicht kommunizieren wegen dem Dream. Nein, was du Robert gesagt hast. Irgendwann meinst du mich? Nein, nein. Er macht ja nix, ist ja wurscht. Meine ich auch, wurscht, das ist die gefüllte Hut. Ja. Morgen ist auch noch ein Tag. Morgen ist auch noch ein Tag. Morgen bin ich wieder dabei. Auf den, am Abend. Also bei mir bist du jetzt im Vollbild in der Wohnung. Ja? Ja, stimmt. Ja, klar, aber das ist trotzdem die Verzögerung von 50 Sekunden. Ich habe ja bei mir auch... Ich stoppe mal das Dream, vielleicht mache ich nochmal ein Gold. Nein, ich bin für heute eigentlich fertig, Leute. Ich rufe jetzt nochmal, Dani. Ja, warte ein bisschen, Tommy. Geh, aus dem Spiel, dann gleich bei mir. Deine Freundin hat gerade viel zu viel Geld, hat sie geschrieben. Ich? Was hat deine Freundin gerade geschrieben? Wieso? Ich dachte, du nochmal...